Und damit, herzlich willkommen zu einem Waffentechnik Art Talk Erklärvideo Leute. Dieses Mal sehen wir uns wieder unsere guten alten Freunde die Rollenverschlüsse an. Und zwar hatte ich in meinem Video erklärt, und zwar in meinem Video die drei wichtigsten Formen des Rollenverschlusses. Link oben in der Infocard, könnt ihr euch immer noch gut ansehen. Und da hatte ich erklärt, dass es diese drei Formen hier geben würde. Und zwar den Rückdrucklader, kraftschlüssig verriegelt über Winkelgetriebe und Beschleunigung. Dann den Rückstoßlader, formschlüssig verriegelt über zu tief im Schildzapfen liegende Rollen. Und den Gasdrucklader, formschlüssig verriegelt über flaches Steuerstück. Es gibt allerdings noch eine Form davon, die habe ich beim Durchsehen von Büchern gefunden. Und zwar ist das der hier oben. Tada! Das ist der gebremste einteilige Masseverschluss mit Kräftezerlegung über federbelastete Rollen. Und zwar ist das ebenfalls ein Rückdrucklader, ebenfalls typgebremst, genauso wie er hier auch. Allerdings funktioniert er etwas anders. Und zwar die erste, also der erste große Unterschied ist, dass der Verschluss einteilig ist. Ja, ich weiß, es sieht jetzt so aus, als wäre das immer noch die Verschlusshauptmasse, das das Steuerstück und das der Verschlusskopf. Das stimmt jetzt so nicht mehr, denn ich habe die alle zusammengetackert. Das habe ich deswegen gemacht, nicht weil ich faul war, sondern eher um Massegleichheit herzustellen, um ihn besser mit dem anderen Verschluss vergleichen zu können. So, jetzt gucken wir mal, was die Rollen treiben. Und zwar die Rollen befinden sich ebenfalls im Schildzapfen. Und zwar auch so flach, dass sie hereingedrückt werden können. Und zwar genauso wie bei ihm hier. Allerdings dieses Mal sieht das nicht so aus, dass beim Zurückgleiten des Verschlusskopfes die Rollen hineingedrückt werden und dann über das Steuerstück eine Verschlusshauptmasse beschleunigen. Nein, die Kraft, welche sie im Schildzapfen hält, die bringen sie quasi selber mit und zwar durch eine Feder. Und zwar ist das hier die Verschlussrollenbelastungsfeder. Die sorgt dafür, dass die Verschlussrollen in den Schildzapfen hineingedrückt werden. Und da das Ganze auch ein Rückdrucklader ist, sieht das Ganze so aus, dass wir den Rückdruck mal wieder durch zwei Federn simulieren. Wer den guten Rückdruck in einer Feuerwaffe nicht kennt, das sieht so aus. Sobald halt das Geschoss den Hülsenmund verlässt, baut sich im Lauf eine Drucksäule auf zwischen Patronenhülse und Geschossboden. Und dieser Druck drückt halt Rückdrucklader, also dieser Druck, also diese Drucksäule im Lauf, die drückt halt über den Geschossboden auf die Stirnseite des Verschlusses, also auf den sogenannten Stoßboden. Und drückt diesen zurück, also versucht diesen zurückzudrücken. Und da das hier ein Rückdrucklader ist, funktioniert das auch und dann werden wir die Simulation mal starten. Übrigens sieht das so aus, dass ich auch hier diese erweiterte Version wieder auch ins Internet hochladen werde. Dann könnt ihr euch die runterladen. Ihr müsst allerdings, bevor ihr das dann wirklich benutzen könnt, die Simulationsgeschwindigkeit auf die niedrigste Stufe stellen. Und hier oben auf dem Zahnrad die Simulation auf die höchste Herzzahl, denn sonst ruckelt das bei euch. So, wir starten die Simulation, das heißt wir sehen die Wolken sich bewegen und dann werden wir die Verschlusssperre entsperren, also entfernen. Und dann sehen wir auch schon, dass sich das Ganze sehr schnell bewegt. Wir haben gesehen, das Ganze bewegt sich, also klassischer Rückdrucklader. Die Patronenhülse drückt auf die Stirnseite, also auf den Stoßboden des einteiligen Verschlusses. Und der einteilige Verschluss bewegt sich sofort nach hinten. Das ist ja der große Unterschied zwischen Rückdruckladern und dem Rest, also das ist der große Unterschied zwischen einem Rückdrucklader und Rückstoßlader oder Gasdruckladern. Dass halt hier der Verschluss sofort anfängt sich zu bewegen. Und diese Bewegung, die sofort anfängt, wird auch übertragen. Und zwar für jede Bewegung, welche der einteilige Verschluss nach hinten zurücklegt, zwingt er durch die Steuerkurve im Schildzapfen die Rollen dazu, sich nach innen zu bewegen. Und dabei müssen die Rollen halt eine Kräftezerlegung durchführen. Und zwar dadurch, dass sie halt gegen ihre Rollen, ich habe den Begriff doch eben gesagt, das ist genau die Verschlussrollenbelastungsfeder. Und zwar dabei werden sie gezwungen, gegen die Verschlussrollenbelastungsfeder zu kämpfen. Und dadurch wird halt Energie aufgebraucht und dadurch öffnet sich der Verschluss langsamer. Wir machen weiter, die Rollen kämpfen weiter halt gegen ihre Belastungsfeder an und müssen umso stärker kämpfen, um desto weiter sie vom Schildzapfen und die Rückwärtsbewegung des einteiligen Verschlusses in den Verschlusskörper hinein gezwängt werden. So, und das Ganze sieht so aus. Wir haben halt hier diese Kräftezerlegung halt durch diese Mechanik. Und irgendwann ist der Schildzapfen zu Ende und dann hat man hoffentlich die S-Strecke zurückgelegt. Übrigens die S-Strecke oder Sicherheitsstrecke ist die Strecke, um welche man eine Patronenhülse bei vollem Druck im Lauf aus dem Patronenlager herausziehen darf, ohne dass es zu einem Hülsenreißer kommt. Und zwar jetzt wäre bei einer optimal kalibrierten Waffe, jetzt wäre es also jetzt wäre es bei einer optimal kalibrierten Waffe der Fall, dass halt das Geschoss bereits den Lauf verlassen hat, es im Lauf zu einem Druckabfall kommt und die Patronenhülse, welche von uns wir hier denken müssen, gefahrlos aus dem Patronenlager herausgezogen werden kann. Das heißt, die Verriegelung bzw. die Teilverriegelung ist jetzt aufgehoben und der Verschluss kann jetzt ganz normal zurückgleiten. In der Realität wäre das der Fall, hier in Algedu stockt das so ein bisschen, weil hier in Algedu, der berechnet halt das Gedrücktwerden von Rollen auf eine gerade Fläche ein bisschen anders. Algedu versucht, das habe ich ausprobiert, die ganze Zeit diese Rollen hier zu drehen wie so ein Rad, weil halt Federangriffspunkte genauso funktionieren, so ein bisschen funktionieren wie Scharniere hier. Deswegen ist das hier so ein bisschen hakelig. So, wir gehen nochmal zurück, um uns das Ganze dann nochmal gleich im Vergleich ansehen zu können. So, hier haben wir halt das Winkelgetriebe und hier haben wir halt die federbelasteten Rollen. In der Realität sehe das so aus, dass sich der einteilige Verschluss mit der Federbelastung sehr viel schneller öffnen würde. Das ist hier leider in Algedu nicht der Fall, weil Algedu diese Rollen, wie ich eben gesagt habe, ein bisschen schwierig berechnet. Also diese Konstruktion hier ist in der Lage, sehr viel weniger Kraft aufzunehmen und zu zerlegen. Also dieser Verschluss hier, der heißt zwar gebremster einteilige Masseverschluss mit Kräftezerlegung über federbelastete Rollen. Seine Kräftezerlegung ist allerdings nicht so mächtig wie dieses Winkelgetriebe hier. Also in der Realität wäre das der Fall, dass man diesem System hier entweder eine sehr, sehr große Verschlussmasse verpassen müsste, womit man eigentlich dann auch wieder das Konzept des gebremsten Masseverschlusses so ein bisschen ab Absurdum führen würde. Denn man baut ja sowas wie Rollen ein, um halt Masse sparen zu können. Oder man müsste dem Ganzen eine sehr, sehr starke Schließfeder verpassen oder dem Ganzen eine sehr, sehr starke Rollenbelastungsfeder verpassen, um halt die gleiche Leistung in der Realität zu haben wie bei so einem Winkelgetriebe. Aber gucken wir uns die ganzen beiden mal an. Die öffnen sich meistens fast gleich schnell hier in Algedu leider. So, gehen wir nochmal zurück. Und gucken wir uns das Ganze nochmal an, denn Algedu ist ja nicht so ganz so konstant. So, go, spätreischer, go. Und das Winkelgetriebe ist schon wieder schneller. Das kommt dadurch, dass Algedu hier die ganze Zeit hakt. Und diese Hake und diese Hakerei hier, die zerlegt natürlich auch nochmal ordentlich was an Kräften. So, dann kommen wir dazu, in welcher Waffe wird das denn eingesetzt? Und zwar, leider konnte ich keine reale Waffe finden, welche wirklich diesen gebremsten, einteiligen Masseverschluss mit Kräftezerlegung über federbelastete Rollen wirklich verwendet. Ich habe allerdings nicht sehr lange gesucht und irgendeinen Prototyp wird es garantiert geben, der das irgendwann mal benutzt hat. So, kommen wir jetzt zum großen Nachteil von dem Ding. Denn ich hatte ja bereits gesagt, entweder müsste man sehr viel Masse hinzufügen, um die gleiche Leistung wie hier zu bekommen. Eine sehr starke Schließfeder oder eine sehr starke Rollenbelastungsfeder. Das führt dazu, dass dieser einteilige Verschluss in der Realität sehr, sehr schwer fertig zu laden wäre. Und zwar, bei einem Winkelgetriebe sieht das so aus, zum Beispiel bei einer MP5 oder bei einem G3 sieht das so aus, dass halt der Verschlussspannhebel hier auf die Verschlusshauptmasse wirkt. Und wenn man hier die Verschlusshauptmasse wegzieht, sieht das halt so aus, dass man dann halt diese Rollenbelastung, also diese Kräftezerlegung selber als Schütze nicht durchführen muss. Weil man zieht ja hier dran. Wenn man hier dran ziehen würde, würde man die Kräftezerlegung selber beim Durchladen ausführen müssen. Das ist halt nicht der Fall, weil man hier angreift. Bei einem einteiligen Verschluss hat man allerdings auch nur eine Möglichkeit anzugreifen. Einteiliger Verschluss, nur ein Teil, wo man den Verschlussspannhebel dran machen kann. Wenn man hier den Verschlussspannhebel dran macht, müsste man jedes Mal, wenn man die Waffe durchladen wollen würde, jedes Mal selber die Kräftezerlegung durch Rollen irgendwie durchführen, außer man baut irgendwas richtig Kompliziertes ein. Welches dann dem Verschlussspannhebel es erlaubt, diese Rollen selbstständig einzuziehen oder so. Und dann wäre das Ganze wieder komplizierter. So, nachdem wir jetzt bei den Nachteilen waren, und zwar bei einer Waffe, die entweder sehr schwer ist oder sich dann in der Realität sehr schwer fertig laden lassen würde, kommen wir zu den Vorteilen. Und der Vorteil ist relativ einfach, das sagt ja schon einteiliger Verschluss. Und zwar hat das Ding hier 1, 2, 3, dreieinhalb bewegliche Teile, die man herstellen muss. Und zwar halt nur einteiliger Verschluss, erste Rolle, zweite Rolle und die Feder. Ansonsten gibt es hier beim eigentlichen Verschluss nicht mehr Teile. Bei einem Winkelgetriebe hat man 1, 2, 3, 4, 5 Teile, die man herstellen muss. Das heißt, so ein Winkelgetriebe ist um einiges teurer in der Herstellung. Ja, und dann war es das auch schon damit. Ja, dann sind wir schon fast bei 10 Minuten. Und dann versuche ich mal, mein Video unter 10 Minuten zu halten. Dann würde ich sagen, nochmal vielen Dank fürs Ansehen dieser Art Talk-Folge. Ich hoffe, das war nicht zu verwirrend. Falls ihr noch Fragen habt, ja, unten gibt es ja die Kanal-Kommentare dafür. Ja, nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Dann könnt ihr hier einen Kanal von mir abonnieren, einen Kanal von jemand anderem abonnieren, eins von meinen Videos gucken, ein anderes Video gucken und denkt an das Algorithmus-Tierchen. Dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis dann.